Der ist ein ziemlich großer Zug. Die Monster-Füße schleifen. Sie sind wahnsinnig, aber die meisten verstecken ihren Wahnsinn. Und hier kehren sie das Innere nach außen. Die Monster-Füße die Monster-Füße. Das ist mein Traumpal. Halt die Leute schön fest mit den Dingern und wie das heißen. So, abhängt nochmal für die Beine, das ist immer gut. Ja, weißt du ja, das ist ein HV-Fekter, das heißt. Ach, das ist das Krasse. Das ist das Krasse. Oops. Wollt's. 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 Vielen Dank.